Blaubeuren Die Stadt Blaubeuren liegt am Südrand der Schwäbischen Alp in der Nähe von Ulm. Die Stadt liegt am Rande des Urdonautals, in dem die Donau noch während der letzten Eiszeit floss. Heute entspringt im Blautopf die Blau. Hintergrund Das Tal der Blau, in dem die Stadt liegt, ist bereits seit der Altsteinzeit besiedelt, wie zahlreiche Funde belegen. Es wird angenommen, dass die Kelten ebenfalls hier siedelten, wobei Siedlungsriste nicht gefunden wurden. Alle männische Grabfunde deuten auf Ansiedlungen im Tal hin. Zu Beginn des ersten Jahrtausends entstanden die umliegenden Burgen sowie eine erste Kapelle am Blautopf. Im Jahr 1085 wurde das Benediktiner Kloster Blaubeuren durch die Grafen von Tübingen gegründet. Die Gründung erfolgte in strategisch günstiger Lage am sogenannten Alpaufstieg. Kaum 200 Jahre später im Jahr 1267 wird die Stadt erstmals erwähnt. Zu diesem Zeitpunkt bestand sie allerdings vollständig inklusive Stadtmauer und Stadtrecht. Nach mehreren Besitzwechseln gelangt die Stadt schließlich 1447 durch Kauf an die Herzöge von Württemberg. Durch diese wird der Stadt 1471 ein Stadtwappen verliehen, dessen Wappenfigur das sogenannte Blaumenle ist. In den folgenden Jahren wird die Stadt zum Markt- und Handelszentrum der Region sowie der südlichste Besitz derer von Württemberg. Bis zum Jahr 1830 besteht die Stadt in ihrer mittelalterlichen Gestalt. Nach den Napoleonischen Kriegen des 19. Jahrhunderts setzt auch hier die Industrialisierung ein. Das spiegelt sich auch in dem Anschluss an das Eisenbahnnetz 1866 wieder. Im Zuge von Eingemeindungen in den Jahren 1935, Gerhausen, 1974 und 1975, Asch, Beiningen, Erstetten, Pappelau, Seißen, Sonderbuch, Weiler, vergrößerte sich die Stadt auf ihre heutige Größe. Nachbarorte sind Schelklingen, Heroldstadt, Laichingen, Berghühlen, Blaustein, Ulm und Erbach. Auf der Straße die Stadt liegt an der Bundesstraße, Bad Urach, Ulm. Die Deutsche Fachwerkstraße führt durch den Ort. Mit der Bahn der Bahnhof liegt an der Strecke Ehingen, Ulm. Mit dem Fahrrad für Radreisende interessant ist die Lage am Donauradweg. Mobilität Die historische Altstadt lässt sich am besten und einfachsten zu Fuß erkunden. Die Parkplätze sind ausgeschildert. Insgesamt findet man sich dank der guten Beschilderung der Sehenswürdigkeiten leicht zurecht. Sehenswürdigkeiten Altstadt In der historischen Altstadt finden sich einige wunderschön restaurierte Fachwerkhäuser. Als schönstes gilt das mehrstöckige in der Aachgasse. In der ist der Neubronner Altar aus dem 15. Jahrhundert sehenswert. Der ist eine der größten Karstquellen Deutschlands. Ihm entspringt die Blau, die in die Donau mündet. Der Blautupf ist 20 Meter tief und der Beginn eines riesigen Karsthöhlensystems. Das Höhlensystem wurde immer wieder von Höhlentauchern erforscht und in 1300 Metern Entfernung zum Eingang wurde der größte Höhlensee Deutschlands entdeckt, der sogenannte Mörekedom. Die Quelle ist auch Gegenstand einiger Sagen und Legenden. Die bekannteste ist wahrscheinlich Eduard Mörekes Historie von der schönen Lau. Die Geschichte der Wassernixe, die in den Blautupf verbannt wurde, kann im, von einem Puppentheater dargestellt, verfolgt werden. Seit kurzem informieren mehrere neue Informationstafeln am Blautopf über das Höhlensystem und dessen Erforschung sowie die Stadt und Umgebung. Hammerschmiede Direkt neben dem Blautopf liegt eine Hammerschmiede. Früher befand sich in diesem Gebäude von 1742 ein Wasserwerk. Die Schmiede kann besichtigt werden. Öffnungszeiten Im Sommer 9 bis 18 Uhr, im Winter nur am Wochenende 11 bis 16 Uhr. Das Blaubäuren, Bild oben in den Kurzinformationen, wurde im 11. Jahrhundert gegründet. Die Gebäude heute stammen aus der zweiten Hälfte des 15. und dem Beginn des 16. Jahrhunderts. Das ehemalige Benediktinerkloster wurde 1562 reformiert. Seit 1810 besteht ein evangelisch-theologisches Seminar in Blaubäuren, das aus einer 1536 gegründeten Schule entstanden ist. Hauptsehenswürdigkeit ist die Klosterkirche mit einem spätgotischen Hochaltar von 1493, einer Meisterleistung der Ulmer Schule. Die Flügel werden zu verschiedenen Zeiten des Jahres in unterschiedliche Stellung gebracht und zeigen so verschiedene Abbildungen. In einem Vorraum befindet sich eine ausklappbare Replik der Altarflügel, die es erlaubt zu jeder Zeit die volle Pracht zu bewundern. Ein wunderschöner Kreuzgang, in dem detailliert die Geschichte des Klosters dargestellt ist, umgibt ein Herbarium. Öffnungszeiten, Sommer 9 bis 18 Uhr, im Winter, ab November, wochentags 14 bis 16 Uhr, Wochenends 10 bis 12 Uhr. Aktivitäten wandern, reiten, Radfahren, Donauradweg, fliegen, Ortsonderbuch, klettern, Klosterkonzerte. Einkaufen Blaubeuren bietet zahlreiche Supermärkte, B495 Richtung E hängen linker Hand im Gewerbegebiet, für die Dinge des täglichen Bedarfs. Darüber hinaus sind Geschäfte aller Art, wie Kunstgalerien, Schreib- und Spielwaren, Fotobedarf unter anderem mehr vorhanden. In der Fußgängerzone findet man einen Diakonieladen, der zu moderaten Preisen gebrauchte Haushaltswaren und Kleidung anbietet. Küche in Blaubeuren findet man zahlreiche gastronomische Einrichtungen, in denen sowohl die regionale, schwäbische als auch internationale Küche geboten wird. Ausflüge nicht weit entfernt von Blaubeuren liegt Ulm. Mit dem Zug ist man in ca. 20 Minuten am Hauptbahnhof Ulm. Ausflügel bet BUCH